An diesem späten Abend begrüße ich euch ganz herzlich im TSW 3 aus der Strecke Kassel-Würzburg. Wir stehen in der Baureihe 185 von DB Railion und fahren erstmalig einen Güterzug auf der Strecke. Wir stehen hier gerade in Würzburg. Sieht aus wie Würzburg für mich. Wir fliegen einmal ganz kurz zum Bahnsteig rüber. Das ist aber, glaube ich, Würzburg. Ja doch, definitiv. Würzburg Hauptbahnhof. Genau, da stehen wir. Und dann würde ich mal sagen, erstmal den Fahrtrichtungswender rein und dann die Mittelstellung. Bremsen lösen wir und ziehen die Bremse an. Na? So. Na? Nein. Also anlegen. Halten. So. Das wollte ich gemacht haben. Dann drehen wir uns mal nach hinten und knüpfen uns. Machen erstmal das Licht hier an. So. Und knüpfen uns BZB und LZB an. Die Siefern meinetwegen auch. So viel zu gucken gibt es ja nicht. Es ist spät in der Nacht. So, dann können wir das Licht wieder auf das Kleine schalten. Fahrtrichtungswender nach vorne. Wir fahren einen Container-Güterzug. Das heißt also, wir können ruhig den hinteren Stromabnehmer oben lassen. Oh, das ist ein schönes Bild, oder? Kann man mal ein Screenshot machen oder zwei. Ich glaube, das Signal ist gerade umgesprungen. Wir haben es gehört. Wir haben, glaube ich, jetzt die Anweisung abzufahren. So, genau. Wir dürfen ausfahren mit 60. Dann, wir sind in der mittleren PZB-Modus. Ich glaube, das ist auch soweit in Ordnung. Wir fahren erstmal ohne AFB an. Und ja, dann. Bremsen lösen. Lockbremse lösen. Und ab geht's. SIFAS auf der Leertaste. Sehr schön. So. Wir können uns auch befreien. Das sehen wir hier mittlerweile in diesem neuen Display. Wir sind halt eingegrenzt, aber Befreiung ist möglich. Das ist, glaube ich, ganz gut für alle, die lernen wollen, mit der PZB zu fahren. Ist das gar nicht mal so schlecht. Ein bisschen Leistung aufschalten. Ab hier LZB-Eingang. Das ist eine gute Einflussung. Jawohl. Dann einmal den. Ja, vielleicht nicht komplett nach vorne. Aber die AFB machen wir uns dann auch an. Hat, glaube ich, nicht geklappt, ne? Oder? Nö. Achso. Müssen wir so den nach vorne legen. AFB-Eingang. 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 Und machen dann mal ganz kurz die Führerstandsbeleuchtung an. Wo sieht das nicht schön aus? Das ist aber ein langer Zug. So, was ich nämlich eigentlich machen wollte, war gucken, ob man die Pultbeleuchtung ein wenig runterdrehen kann. Das geht eventuell hier schon mal nicht. Ah, super, dass ich hier nichts sehen kann. Scheibenmischer. Notbremsventil. Was war das? Nee. Okay. Nee, können wir nicht einstellen. So. 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 120 dürfen wir maximal fahren, das ist die Höchstgeschwindigkeit des Zuges und auf jeden Fall gut, dass die LZB das offensichtlich weiß. Denn theoretisch könnten wir auch 250 auf diesem Abschnitt fahren. Aber offensichtlich weiß die LZB, dass wir maximal 120 fahren dürfen. Ich glaube, das war früher noch nicht so bei den alten Strecken, wo die LZB verbaut war. Ich glaube, da war immer die Höchstgeschwindigkeit dann freigegeben. glaube ich. Auch hier sei nochmal gesagt, dieses Video ist auf einem Preview-Bild, auf einer Version des Spiels aufgenommen, die so nicht veröffentlicht wurde, sondern das ist praktisch noch vor der Veröffentlichung aufgenommen. Das liegt daran, ich muss nämlich die einen oder anderen Videos aufnehmen, denn mehr oder weniger zum Release von TSW3 bin ich im Urlaub. Das heißt also, dass ich in der Zeit keine Videos aufnehmen kann. Leider. Dementsprechend sind alle Videos hier auf diesem Pre-Release-Bild, den mir DTG dankenswerterweise zur Verfügung gestellt hat. Wir fahren übrigens den 4286-4 von Salzburg-Lieferingen nach Dradenau. Und, oh, wir haben hier einen planmäßigen Halt, sehe ich gerade, in Modgas. Okay. Ja, was lässt sich groß zu dem Fahrzeug sagen? Baurei 185-2, sehr altbekannt, überarbeitete Version, entspricht technisch ungefähr der von Dresden-Rieser. Ist also ziemlich gut eigentlich, sowohl vom Sound als auch von der Fahrphysik her sehr angenehm. Ja, Motorraum ist nicht begehbar. Wir haben hier hinten die Rückenpaneele. Und, ja, haben wir sonst noch irgendetwas? Eigentlich erstmal nicht, nö. Ein Trax. Trax der zweiten Generation. Ja. Ja, TSW ist jetzt seit einigen Tagen draußen. Auch in der Vollversion jetzt mittlerweile, zu dem Zeitpunkt, wo dieses Video rauskommt, müsste dann auch der Early Access vorbei sein. Und, wie ist euer Fazit so bisher? Wie gefällt euch TSW3? Und, seht ihr auch, seht ihr das so wie ich, dass der TSW3 definitiv doch einen gewissen Fortschritt zum TSW2 darstellt? Seid ihr da anderer Meinung? Wie gefällt euch die Strecke? Wie gefallen euch die Züge? Wie gefallen euch die Güterzugfahrten? Wer mal so ein bisschen in den Timetable reinguckt, da sind Güterzugfahrten, die dauern über zwei Stunden. Das hatten wir, glaube ich, so bisher kein einziges Mal, dass wir irgendeine Fahrt hatten im TSW, im deutschsprachigen TSW-Bereich, mit einer Fahrt von über zwei Stunden. Ist der Wahnsinn, oder? So, eigentlich müsst ihr die LZB mal von alleine hier runter regeln. Ist ein bisschen zu schnell. Ja, geht auch. So. 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 wurde von der SPB Cargo übernommen und fährt dort als RE482035 rum und danach wurden noch weitere 14 Loks an SPB Cargo ausgeliefert. Also mit dem Schweiz-Paket, das bedeutet vier Stromabnehmer und ich glaube das Schleifstück für den Schweizer Pantographen ist ein bisschen breiter, wenn ich das richtig im Kopf habe. Natürlich auch mit dem Schweizer Sicherungssystem Signum. Auch Hectorail hat einige dieser Loks bestellt, Hectorail aus Schweden und dort fahren diese Loks als Baureihe 241 rum. Insgesamt wurden 393 Loks dieser Bauart gebaut. Wobei sie mittlerweile nicht mehr gebaut werden. Sie wurden glaube ich bis 2012 gebaut. Ja, bis zum Baureihe zu thankful ist. Also die Karte ist der Klärger auf dem auch nicht mehr. Und dann gibt esung der Karte. Und dann ist das Ganze ein bisschen vom Busschen und der Tablet. Und dann sieht man das so etwas immer. das ist wirklich so viele Pelikaner wie man das sehen kann. Ja, das mal so ein bisschen zur Baureihe 185.2. Wer sich da weiter für interessiert, der Wikipedia-Eintrag hält da die ein oder anderen Informationen bereit, die vermutlich auch gut recherchiert sind. Kann sich da noch ein bisschen selbst weiter einlesen. So, also wir sehen noch 36 Kilometer. Um mal so ein bisschen das HUD hier zu erklären. Hier die Uhrzeit natürlich. Da sehen wir die in 35 Kilometer müssen wir erhalten, den Modgas. Hier haben wir die Anzeige, wie viel Kilo Newton aufgeschaltet wird. Hier haben wir die LZB. Hier haben wir die diversen Bremsanzeigen, Geschwindigkeit, Fahrstufe, Gefälle und die jeweilige Überwachung. Die gerade, die jeweilige, ja das jeweilige Sicherungssystem. Um mal ganz kurz die FPS einzublenden. Ich habe hier stabile 46. Das ist auf jeden Fall mehr als ausreichend. Wenn ich rein summe, wird es ein bisschen weniger. Wenn ich raus summe, wenn ich in die Richtung gucke, haben wir sogar richtig viel. Das bringt nur leider nichts. Wenn ich nach hinten gucke, haben wir noch viel mehr. Auch das bringt leider nichts. Also weg mit den FPS. Die Nachtfahrten sind halt prinzipiell nicht ganz so ergiebig. Ein Let's Plays würde ich jetzt mal behaupten. Aber, naja, der Güterzugfahrplan ist halt hauptsächlich zwischen 22 und 6 Uhr, findet der halt statt. So tagsüber fahren hier keine Güterzüge. Das ist nicht möglich bei all den Fernverkehrszügen, die hier lang fahren. Sondern das ist nur in der Nacht möglich. Aber ich meine, ist das überhaupt möglich? Anders als auf der Schnellverstrecke Köln-Rhein-Main. Also zwischen Köln und Frankfurt. Ich glaube, da fahren auch keine Güterzüge. Selbst nachts über nicht, weil der Streckenbau das nicht zulässt. Da geht es viel zu sehr hoch und runter. Also Achterbahn-mäßig hoch und runter. Und ich glaube, wenn da ein Güterzüge irgendwo liegen bleibt oder ein HP 0 hat, dann gute Nacht. Dann kannst du da mit drei weiteren Locks ankommen, um diesen Zug da irgendwo noch hochzuschleppen. Was natürlich irgendwie ziemlich dämlich ist von der Planung, oder? Dass man eine Strecke so plant. Und dabei entweder bei der Planung nicht bedacht hat, dass Güterzüge eventuell solche Steigerungen nicht schaffen können. Oder es war einem egal. Und ich weiß nicht, was sich von diesen beiden Alternativen, was mich da mehr beängstigt. Was natürlich auf dieser Strecke so ein bisschen, ja, also nicht problematisch ist, aber was halt so ein bisschen natürlich die Eigeninitiative nimmt, ist halt, dass wir durchgehend mit LZB fahren. Gut, wir können natürlich die LZB auslassen. Wir werden nicht dazu gezwungen, mit der LZB zu fahren. Gerade hier mit dem Güterzug müssen wir nicht mit der LZB fahren, aber es ist natürlich auch angenehm, es einfach mal zu machen. Außerdem gibt es ja genug Locks im TSW, die keine LZB noch haben. Hier auf der Strecke mit der 155, das wäre schön. Das kann ich leider jetzt noch nicht machen, also jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme des Videos, weil ich ja auf diesem Vorab-Bild unterwegs bin. Also auf dieser Vorab-Version des Spiels. Und da habe ich noch keinen Zugriff auf die Preserved Collection. Die gibt es erst, wenn der Early Access vorbei ist. Und das ist leider auch bei mir der Fall. Das heißt also, ich werde da leider auch genauso lange wie ihr warten müssen, bis ich da die Preserved Collection Locks hier fahren kann. Also sowas wie die 155 zum Beispiel. Macht keinen Unterschied, ne? Ja, 11 Uhr nachts. Und wir fahren weiter. Oh, das ist auch schön. Sowas finde ich immer wieder schön, wenn man hier nachts unterwegs ist und die Lichter von den Häusern sieht. Ist das sogar die Stelle an der Mainz-Bessart-Bahn? Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ach ja, endlich sinnvolle Nachtbeleuchtung, ne? Die Nacht ist endlich gescheit dunkel. Also Hutup-DTG, das ist schon richtig gut gemacht. Untertitelung des ZDF, wir dürfen auch nicht sagen. Vielen Dank. Das dynamische Wetter müsste eigentlich an sein, aber bisher sind gar keine Wolken aufgezogen. Also es bleibt eine sternklare Nacht bisher. Also wir sehen, es ist jetzt nicht so, dass es immer irgendwie auf Regen und Gewitter und so hinausläuft. Kann auch durchaus mal trocken bleiben. So, vorbei am nächsten Tunnel. Oder in den nächsten Tunnel, nicht am Tunnel, vorbei. Das wäre etwas nachteilhaft, wenn wir am Tunnel vorbeifahren würden. Das würde nämlich bedeuten, dass wir irgendwo im Abseits unterwegs sind. Das war's. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, also kann gut sein, dass der jetzt auf uns gewartet hat und uns dann hinterher fährt. Wir können auch mal auf die Karte gucken. Ich hoffe nur, dass die Sifa uns jetzt nicht hier nerven wird. Und hier haben wir noch Gleise an der Seite. Da steht was, oder? Ja, dann konzentrieren wir uns weiter auf die Strecke. Auf das, was wir, ups, sorry, gerade ging das Mikrofon gedutscht. Äh, das ist, boah, wie hieß nochmal der Bahnhof? Ich hab's schon wieder vergessen. Wir haben uns das, wir haben uns gerade erst die Bahnhöfe angeguckt. Steht das hier nirgendwo? Das ist aber ein langer, langer Zug, ne? Wie war es schön auch zu sehen, dass einige Container, äh, drauf sind und die anderen. Und dann haben wir Wagen, die aber auch unbeladen sind. Also das finde ich immer ganz schön, so ein bisschen Abwechslung. Ja, das ist halt dann immer so ein bisschen was Realistischeres, wenn da mal so kleineren Ungereimtheiten sind und ich alles wirklich identisch aussieht, Copy-Paste-mäßig. Auch das war ja ein großes Problem mit diesen Autotransportwagen, wo ja wirklich alle Autos immer genau die gleichen Modelle waren und auch noch die gleiche Farbe hatten. Ob es jetzt unterschiedliche Modelle sind, weiß ich nicht zu 100%. Müssen wir uns nochmal angucken. Aber die haben halt jetzt auf jeden Fall unterschiedliche Farben und das macht schon einen Unterschied. Und wir fahren weiter mit unseren Stooschen 120, die uns die LZB hier erlaubt. Was ich auch immer sehr mag, ist, wenn man durch so eine Lichtquelle durchfährt und für einen ganz kurzen Augenblick der Führerstand hell erleuchtet wird und dann wieder dunkel wird. Das erinnert mich zwar eher dann an so eine Autofahrt. In der Regel kennt man ja vielleicht sowas so als Beifahrer, wenn man nachts irgendwie in einem Auto unterwegs ist, gerade auf so einer Autobahn oder so und es mal ganz kurz hell wird und dann wieder dunkel wird. Aus dem Zug kennt das ja kaum einer von uns, außer jemand ist schon mal im Führerstand nachts immer mitgefahren. Weil nachtsüber ist ja trotzdem das Licht an in dem Zug, leider. Dementsprechend sieht man es ja gar nicht, wie so ein Zug dann hell angeleuchtet wird und dann wieder das Interieur in der Dunkelheit verschwindet. Das ist ja wenn, dann eher etwas, das die meisten von uns eher so aus dem Auto kennen. Ja, schön wie die Sterne da im Himmel funkeln. Die natürlich in Realität nicht im Spiel. Millionen von Lichtjahren von uns entfernt sind und ihr Licht vor Ewigkeiten ausgesendet haben. Zum Beispiel, wenn wir annehmen das hier, nehmen wir jetzt einfach mal an, das ist der Polarstern. Der ist tatsächlich so weit weg von uns, dass das Licht, das uns heute erreicht vom Polarstern, ungefähr dann ausgesendet wurde, als Queen Elizabeth die erste gegrünt wurde. Das ist schon ein paar Jahre her. Um genau zu sein, 1559. wurde Elizabeth die erste gekrönt. Also schon ein paar Monate vergangen seitdem. Gleichzeitig wäre es dann auch so, um das noch ein bisschen zu verdeutlichen und dann höre ich auch wieder auf, über Astronomie zu sprechen. Wenn man jetzt vom Polarstern aus heute ein super gutes Teleskop auf die Erde richten würde, und zwar eins, mit dem man praktisch wie bei Google Maps bis auf die Häuser runtergucken könnte, was natürlich nicht möglich ist, das ist technisch, aber nehmen wir einfach mal an, es wäre möglich, dann könnten die Menschen, die uns vom Polarstern aus jetzt beobachten, die Krönung von Queen Elizabeth der ersten verfolgen. Weil so lange es gedauert hat, dass das Licht da hingesendet wird. So, soviel dazu. Kümmern wir uns mehr ums Zugfahren wieder. Die LZB kündigt uns ein HP0 an, und zwar in etwas mehr als drei Kilometern. So, brems mal lieber runter, LZB. Denn da endet auch unsere Fahrt in Modgas. Da müssen wir dann warten. Genau, also es gibt halt das Szenario Teil 1, beziehungsweise den Fahrplan Teil 1, und dann kann man den Zug zum späteren Zeitpunkt irgendwie vielleicht eine Stunde später oder sowas weiterfahren im Teil 2. Das wurde dann halt aufgeteilt in zwei Fahrplanfahrten, weil die Zeit, in der man dann hier am Abstellgeist warten muss, halt schon echt lange ist. Und ich glaube, da hat keiner von uns wirklich Lust drauf. So, ich hoffe mal, die LZB bremst uns jetzt aber auch gescheit runter. So, wir haben jetzt einen Halt zu erwarten, definitiv. In 1,3 Signale... In 1,3 Signalen kommt das Kilometer. In 1,3 Kilometern kommt das Signal. Ja, aber das geht, glaube ich, ganz gut. Ja. Da hinten sehen wir schon, wo wir halten müssen. Wir sind aber echt schnell unterwegs. Nein, bitte keine Leistung aufschalten. Jetzt wollte gerade die Lok nochmal Leistung aufschalten. Besser nicht. Türfreigabe. Nee. Türfreigabe. Türfreigabe. Nee, die Tür kriegst du nicht. Du bist doch kein Personenzug. Ich habe doch gar keine Türen, die ich öffnen kann. Gibt es überhaupt einen Türweinschleiter? Doch, tatsächlich. Türen, die Tür reigetieren. So, fahren wir noch ein bisschen ran bis ans Signal. Ich will nämlich nicht zum Stehen kommen und dann ist das Szenario aber nicht beendet, weil wir noch 5 Meter weiter fahren müssen. Das ist mir zu ärgerlich. So, nous arrivons. Wir sind angekommen und bremsen. Oh ne, ah ne. Gut, warten bis 23.20 Uhr. Ob ich das machen werde, sei jetzt mal dahingestellt. Aber das kann ich auch alleine machen. Das müsst ihr jetzt nicht machen. Mit mir zusammen die 4 Minuten hier einfach nur warten. Das heißt, dass ich mich fürs Zusehen bedanke und hoffe, dass ihr Spaß hattet. Alles Gute, alles Liebe. Tschüss. Das ist jetzt nicht schön. Vielen Dank.